Was passiert, wenn man eine Mischung aus Oldschool-Hardrock und Kick mit einer Mischung aus Ed Hardy und Billard kreuzt? Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics Heute bei Sticks Critics 8-Ball Club Energy Das Getränk wird für ein in Bulgarien beheimatetes Unternehmen hergestellt. Steht jeweils so auf der Dose. Die Homepage, auf der es eine Rock, eine Heavy Metal und eine Sound Area gibt, die alle nur mit jeweils einem Stock-Footage-Bild gefüllt sind, hat die Impressum allerdings in Bad Abach bei Regensburg in Bayern. 8-Ball Club Energy klingt wie der Drink eines Billardclubs. Sieht aus wie die Clipart-Sammlung eines blinden Tätowierers, der heimlich Max Giesinger hört. Aber Flammen und Totenköpfe voll cool findet. Pfandfreiheit macht das Ding zum Molkedrink. Oder halt umgekehrt. Aber bis auf 32 Milligramm Koffein und keine Ahnung wie viel Milligramm Taurin, weil es nicht auf der Dose steht, pro 100 Milliliter, bleibt zum Inhalt eigentlich nichts zu sagen. Ich erwarte davon, ja, eigentlich ziemlich wenig. Und es riecht nach, Überraschung, Energy Drink. Mit einer fruchtigen Note, süßlich, aber auch herb. Die Farbe des Getränks ist sehr normal, Energy Drinkfarben, minimal, heller, relativ leuchtend. Ich trinke diesen 8-Ball Club Energy auf diesen richtig krassen Oldschool Modern Death Pop von Groovenom. Prost! Süßlich ausgerichtet, fruchtig ausgerichtet, aber so anonym Frucht. Nicht einordnenbar für mich. Schmeckt ziemlich gut. Ziemlich gut. Dafür, dass das so ein billiger Red Bull Clon Ding ist. Ja, kann man machen. Ich hab den für nicht mal 50 Cent von einem Billigmarkt namens Preisoase. Wenn ihr wisst, woher man den noch so bekommt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein. Ob ich den wohl wieder kaufen würde? Ja, Pfandfrei, 50 Cent, angenehmer Geschmack, passt alles gut zusammen, finde ich, kann man sofort machen. Würde ich eine Ladung von mitnehmen, gerade aufs Festival oder sowas. Wem empfehle ich den? Naja, wer sein Energy Drink süß mag und ganz okay findet, wenn der nicht high-end super Geschmacks ausgeglichen ist. Wobei er da nah dran ist. Macht das. Tschüss und trinkt nicht zu viel von dem Gift. Hey, ihr knallharten Rockgestalten, die ihr dieses brutale Video bis hierher durchgehalten habt. Danke für alles und abonniert doch mal, falls ihr hart genug dafür seid. Eure Meinung zu mir oder dem Drink ist in den Kommentaren immer willkommen. Alles ist und bleibt subjektiv. Und tschüssi! Ich schwenke mich jetzt auf meine Harley und fahre über den Kiez. Und mit Harley mache ich mein Damenrad und mit Kiez den Rosengarten um die Ecke. Stay true. Heavy Metal. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.